Hallo Freunde der prächtigen Grabkammern. Bei Silver & Gold Pyramids erkundet ihr Pyramiden und sammelt wertvolle Schätze. Entdeckt möglichst viele Grabkammern, sammelt Edelsteine, Fackeln und Zaubertränke, aber nehmt euch vor den toten Köpfen in Acht. Silver & Gold Pyramids ist von Phil Walker Harding und der Nachfolger von Silver & Gold. Das Spiel ist für zwei bis vier Personen und beim Nürnberger Spielkarten Verlag erschienen. Spielmaterial Ihr erhaltet vier Wertungskarten, acht Expeditionskarten, 48 Pyramidenkarten und vier Stifte. Spielaufbau Jede Person bekommt eine Wertungskarte und einen Stift. Die Pyramidenkarten werden gemischt und jede Person erhält vier Karten, von denen sie zwei behält. Die anderen beiden werden wieder in den Stapel gemischt. Von diesen werden vier aufgedeckt und bilden die Auslage. Auch die acht Expeditionskarten werden gemischt und als verdeckter Stapel bereitgelegt. Spielablauf Das Spiel geht über vier Runden und in jeder Runde werden nacheinander sieben der acht Expeditionskarten aufgedeckt. Die aufgedeckten Karten gelten immer für alle Personen gleich. Es ist also egal, wer die Karte aufdeckt. Ein Zug sieht immer wie folgt aus. 1. Expeditionskarte aufdecken 2. Felder ankreuzen Jede Person überträgt die Form von der Expeditionskarte nun auf eine ihrer beiden Pyramiden, indem sie Felder ankreuzt. Dabei gilt, dass die Form beliebig gedreht und gespiegelt werden kann, aber vollständig in der Pyramide eingetragen werden muss. Die erste Form in einer Pyramide muss außerdem immer mit dem Eingangsfeld oben links verbunden sein. Alle weiteren Formen müssen an bereits gemachte Kreuze angrenzend sein. Kann oder möchte man eine Form mal nicht nutzen, muss man ein einzelnes Kreuz machen. In der Pyramide gibt es verschiedene Symbole, die angekreuzt werden und euch Vor- und Nachteile bringen können. Kreuzt ihr ein rotes X an, so dürft ihr sofort ein weiteres Feld in einer der beiden Pyramiden ankreuzen. Das Kreuz muss an den Eingang oder benachbart zu bestehenden Kreuzen gemacht werden. Jeden Edelstein, den ihr sammelt, kreuzt ihr auf eurer Wertungskarte ab. Jeder Edelstein gibt am Spielende Punkte. Versucht aber möglichst beide Arten zu sammeln. In jeder der vier Runden könnt ihr Fackeln sammeln, um Punkte zu bekommen. Pro Runde könnt ihr aber nur eine Fackel ankreuzen. Sammelt ihr mehrere in derselben Runde, passiert nichts. Für jedes Totenkopffeld, das ihr ankreuzt, streicht ihr einen Totenkopf auf eurer Wertungskarte weg. Am Ende bekommt ihr Minuspunkte für den höchsten angekreuzten Wert. Jeder gesammelte Zaubertrank lässt euch zwei markierte Totenköpfe wegwischen. Kreuzt ihr eine Grabkammer an, stellt ihr die Pyramidenkarte fertig. Drittens, prüft ob ihr eine Pyramide abgeschlossen habt. Falls ja, sagt dies laut an und legt die Karte zur Seite. Eine Pyramide gilt als fertiggestellt, sobald ihr die goldene Grabkammer angekreuzt habt. Ihr müsst also nicht jedes Feld in der Pyramide ankreuzen. Nehmt euch dann eine neue Karte aus der Auslage oder vom Stapel. Solltet ihr zwei Pyramiden fertiggestellt haben, zieht ihr zwei neue Karten. Abschließend füllt ihr die Auslage wieder auf. Sollten mehrere Personen zeitgleich Pyramiden fertiggestellt haben, so darf die Person mit der niedrigen Ordnungszahl oben links eine neue Karte zuerst nehmen. Viertens, Pyramidenpunkte eintragen. Immer wenn ihr zwei Pyramiden einer Farbe fertiggestellt habt, bekommt ihr dafür Bonuspunkte. Habt ihr als erstes zwei grüne Pyramiden fertiggestellt, markiert ihr euch den 10er Bonus auf der Wertungskarte. Alle anderen Personen müssen diesen Bonus wegstreichen. Die nächste Person, die zwei grüne Pyramiden fertigstellt, bekommt dann nur noch 6 Punkte. Sollten alle drei Boni einer Farbe gestrichen worden sein, bekommt man für diese Pyramidenfarbe keine Bonuspunkte mehr. Stellen mehrere Personen zeitgleich ihre zweite, vierte oder sechste Pyramide einer Farbe fertig, bekommt die Person, deren Pyramide die niedrigste Ordnungszahl hat, zuerst die Bonuspunkte. Ende der Runde Nachdem sieben Expeditionskarten aufgedeckt wurden, endet eine Runde. Mischt alle acht Karten und beginnt eine neue Runde. Beachtet beim Ankreuzen der Fackel immer, in welcher Runde ihr euch aktuell befindet. Ende des Spiels und Wertung Nach vier Durchgängen endet das Spiel und es kommt zur Wertung. Jedes angekreuzte Fackelfeld gibt euch 5 Punkte. Alle Pyramidenbonuspunkte werden addiert. Jedes Edelsteinpaar gibt euch 5 Punkte. Jeder einzelne Edelstein 1 Punkt. Die höchste markierte Zahl bei den Totenköpfen bekommt ihr als Minuspunkte. Jede abgeschlossene Pyramide bringt euch 10 Siegpunkte. Die Person mit der höchsten Summe gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt die Person mit der Pyramide mit der niedrigsten Ordnungszahl. Und jetzt stürzt ihr euch ins Abenteuer und erkundet die Grabkammern.